Geht nur zu zweit. Ein Hör auf die Freundschaft, diese zwei sind gar nicht ohne. Ein Hör auf die Freundschaft, die du beinahe. Dass ich dir das noch nicht bei Gott, die ich da vermisst hab damals. Wuhuhuhuhui! Ich bin, wie gesagt, ein sehr toleranter Mensch. Ich muss Leute nicht mögen, um mit denen zusammen zu arbeiten. Das war aber auch einfach übertrieben oft passiert. Das war aber auch eins zu eins so. Und verdammt häufig passiert ist es auch noch bei irgendeinem Gegner mal, weswegen wir den ganzen Scheiß dann hatten. Ja okay, aber das ist dasselbe Prinzip wie bei manch anderen Japsen-Games, die wirklich extreme Konstellationen erfordern. Wie gesagt, wenn du dich aufpasst, dann kriegt dich so ein Wichser auch mal auf die Matte. Joaah. Wenn wir halt nicht konzentriert sind. Und dass dein, dein Voice-Actor scheiße gewählt ist, dafür kannst du nix für. Aber auch nur im zweiten Teil, weil der aus dem ersten nicht mehr dabei gewesen ist. Aber meiner ist irgendwie älter geworden. Irgendwie hat Kanon auch die Rolle von meinem Charakter übernommen. Out of my way! Out of my way! Ich find's immer noch peinlich, so traurig, dass Kanon ihre verloren hat, ihre Attitude. I mean, I'm sorry! Get out of my way! Ach Kanon. A little dirty pleasure. Oh ja. Aber ganz ehrlich, früher kamen auch Kinofilme, die hat man eh gesehen. Und da, ja, da war man begeistert drauf, die zu sehen. Jurassic Park 3. Boah, hör mal auf, als damals... Ich hab den ersten Jurassic Park damals im Kino geguckt. Echt? Und ich glaub, ich hatte damals mit drei schon den ersten Ständer meines Lebens gehabt, wo ich den verdammten Tyrannosaurus brüllen gehört hab. Das stimmt schon zu spät. Muss grad mal überlegen. Ja, ja, zu spät, ich weiß. Wo ich glaub, wie alt 6 war, da lief damals Jurassic Park im Fernsehen. Und ich hab mich mal heimlich nachts rausgeschlichen, wo meine Mutter noch auf an den Film geguckt hatte. Und das war dann genau die Szene, wo die Frau da durch den Keller gegangen ist. Und dann auf einmal so die Hand so auf ihrer Schulter. Und dann, ah, du bist da, oh mein Gott, du lebst doch. Und auf einmal nur noch der Arm da übrig war und dann die Dinos. Und ich hab da echt vor Entsetzen aufgeschrien. Und dann hab ich echt damals die Hucke vollbekommen. Das einzige, was im Jurassic Park nicht gut gealtert ist. Der Puppenarm. Wenn du das heute guckst, du erkennst sofort, dass dieser Arm ne fucking Puppe ist. Bei dem haben sie sich echt keine... Scheiße auf fucking ernst, Mann. Das ganze Budget in die Dinos gesteckt. Den Rest konnten so einen gescheiten Dinoarm konnten die sich nicht mehr leisten. Äh, Menschenarm. Ja, aber ganz ehrlich, ich hab damals deswegen die Hucke vollbekommen, weil ich da laut aufgeschrien hatte. Und weil ich das gesehen hatte, obwohl ich das doch nicht mal sehen durfte. Oder genauso wie Speed stoppt den Todesbus mit Keanu Reeves und Sandra Bullock. Ah, Speed war, ja. Ganz okay. Ja, er war nicht... Okay, wir tricksen jetzt außerdem wie ein Mathe-Video, was dir Reals zeigen von vor 10 Minuten. Ich mein, ich hätt ne Scheiß-Busch schon längst hochgejagt. Ich mein... Viel geiler fand ich anstatt Speed... Die waren schon auf dem Fersen, da hättest du ja auch quasi Drucksmittel schon längst sausen lassen können. Viel geiler fand ich anstatt... Und klar, hättet ihr mich in Ruhe gelassen, hätt ich den Scheiß nicht hochgejagt. Ihr habt mich verfolgt, also ihr habt den Scheiß so. Bumm, fertig, aus. Mag Scheiße klingen, ist aber die Wahrheit. Viel geiler fand ich anstatt hier mit Speed, wo es in dem Bus die ganze Zeit waren hier... Wie hieß er, äh... Hieß der nicht auflegen oder sowas? Ach ja, wo hiermit... Ich weiß nicht, wie der Typ heißt, aber ich weiß, was du meinst, wo der Typ... Ah, wir crawlen, nicht auflegen, irgendwie, wo in der Telefonzelle. Ja. Ja, 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 stimmt. Oder hat einer von euch mal Kopfgeld geguckt? Kopfgeld? Mit... Ach, wie hieß er? Ah... Aber nicht Wesley Snipes. Nee. Und mit deinen schwarzen Schauspielern immer. Ich feiere eine Ganky Dame ab! Kopfgeld mit... Niski. Ich glaube, ich habe von dem Film gehört, jetzt wo du Mac Gibson erwähnst... Weil meistens brauche ich immer einen Schauspieler, damit ich mir grob irgendwie ein Bild machen kann. Ich brauche keinen Schauspieler, ich brauche ein Gesicht dazu. Schauspieler, einen Namen kann ich mir nicht merken. Ja, jetzt muss ich einmal... Lea hat mir gerade einen Salat gemacht und ich habe ihr den Salat geschenkt, weil es ja auf Salat steht. Ich brauche einen Schauspieler. Ey, danke Salat, weißt du, dass ich ihn mag? Weißt du, dass ich ihn mag? Weil du ihn jetzt einfach zu bereit schlaßt. Du hast ihn schon ge... Ja. Du hast ihn schon vom Baum. Achso. Da habe ich den Scheiß hier auch, den Blumenkotzkörbel. Was dabei, Bitch? Was kannst du dir überlegen? Oder was auch einer der ersten Horrorfilme war. Vor allem früher, wenn man... Also wo ich zumindest 13 war. Tanz der Teufel, Junge. Weil Tanz der Vampire. In Deutschland offiziell verboten. Trotzdem mache ich die verdammte Videokannette davon. Weil... Welches Tanz der Vampire? Nein, Tanz der Teufel. Der erste Teil. Tanz der Teufel. X Tanz der Vampire. Tanz der Vampire gibt es aber auch. Gibt es auch. Und Tanz der Vampire gibt es sogar ein Musical. Den habe ich sogar auf Videokassette hier. Ich habe Tanz der Musical aber als Film nicht. Tanz der Vampire mit dem... Damals schon. Mit dem... Damals beides auf VCL. Die Tanz der Vampire mit dem schwulen Vampir und so, ne? Zum Beispiel. Und dann klar, die Tanz der Teufel... War... Die... Auch eine abgefuckte Variante. Mit Bruce Campbell. Ich habe Tanz der Vampire mit dem Kollegen immer geguckt. Weil... Das ist einfach so unfassbar dumm. Aber auch so unfassbar genial. Ah, wer war damals auf dem Index? Warum? Warum? Warum war Tanz der Vampire auf dem Index? Frag mich nicht. Der Film ist doch voll harmlos gewesen. Du, ich frage mich immer noch, warum quasi Starship Troopers der erste Teil damals so lange gecuttet war. Do you want to like more? Do you want to like more? Du hast den Viechern da unten schon Hallo gesagt? Bei den Hühnern war ich noch nicht, nein. Okay, dann mache ich das. Aha! Kleines, du hast keine Chance gegen mich. Ich bin der verdammte Mann Mechakämpfer hier! Du hast mich nicht mehr getroffen, Bruce. Schick mal deine Fakten. Du hast mich nicht mehr getroffen, Bruce. Ja, so Horror-Komödie. Den ersten Alien-Teil habe ich geguckt, wo ich den allerersten Alien-Teiler war. Ich glaube ich 22 und ich habe mich totgelacht über das, was damals als Horror abgestempelt worden ist. Ja. Ich fand Horror damals auch schon irgendwie nicht so. Und der zweite, nächste Horrorfilm, wo ich angeguckt habe, war Chucky und seine Braut. Die Mörderpuppe. Und Chucky die Mörderpuppe. Da lief eines Abends mal auf Kabel 1 irgendwie die Chucky-Reihe von Chucky 1 bis Chucky 5. Die habe ich mir nämlich durchgezogen. Weil ich wollte schon immer den ersten Teil sehen. Den zweiten habe ich dann angeschaut. Dann den dritten. Und dann kam hier Chucky und seine Braut. Und dann Chucky's Baby. Was ist das denn? Ach, ein Melkkügel. Stimmt ja. Ich habe mich gerade gefragt, was das für ein Bottich war. Du hast die schon gemolken? Ja. Ja, Mann. Hast du deine Bitch schon gemolken? Nein, Michael. Ich spreche das aus, was du dich nicht traust. Ich habe gerade echt verprügelt. Der Angriff von Verteidigung auf dieselbe Taste gedrückt hat. Ja. 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 Du hast doch was gekauft. Ja. Für uns. Ich kaufe gar nichts. Das war nicht so geil. Das war ja da dieses eine Winterfestival. Äh. Ja. Da Nachtmarkt halt. Und die. Oder war. Ne. Warte. Das war. Ich weiß nicht mehr, welche ist fest. Und Steve so. Ah. Ja. Weil das nicht verlassen hat. Und ich denke so. Warum verlieren wir Geld? Und das kommt auf. Wollt es. Ja. So ungefähr. Ja. 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 Eben. Weil ich denke mal, das ist eher hier wegen den Fähigkeiten, damit wir hier das umändern ja ich dachte gerade geil kein bau ist immer ein bau bleiben ich sag nur wie penny hier mit ihren zwei kids für deinen gedanken was bist du denn für ein schatten knuffen vieh ein menschlicher besucher das ist höchst ungewöhnlich ich bin grob aus ein verkäufer seltener und exotischer waren bitte erzähl niemanden von mir menschen nein dazu ihn unbekannte dinge zu zerstören und ich kann nicht mehr mit ihnen quatschen habe ich kann dem geschenk geben obos ich denke mal wenn man sich gut mit ihm stellt dann ja ganze sachen beim kaufen wollte sein dass man dann richtig gute sachen kaufen kann eine art kraftfeld blockiert den weg ich denke mal das wird es dann sein dass wir dadurch durch das kraftfeld holz brauchen wir ja das brauchen wir immer ach boy ach girl wenn wir schon wieder oder mal das thema wechseln aber auch mit kindheit was waren in eurer kindheit so eure größten lieblings bands what definiere kindheit in dem fall ja von ach komm ich erhöhe jetzt einfach mal auf damals bis heute damals meine meine erste lieblings band war damals super richi hey moment da vorne werde ich gebräuchte alles das kriegst du dich die streit in heißes hat probier es mit krant das was war es das nusscreme glas ist zugeschreibt du kriegst das nicht mehr auf super richi kommt vorbei haut mit dem hammer drauf das musikvideo war dazu aber auch so bescheuert ist es eine fliegtasche? nein! ist es ein schräubokopter? nein! was ist es dann? super richi! hey moment da vorne werde ich gebräuchte ich glaube ich habe sogar noch die idee dazu ich nicht mehr oh boy danach war recht gefolgt von meinen ersten cd die danach kam bzw. meine tellcd danach kam das war die erste pokémon cd gewesen ich glaube die habe ich auch gehabt die nächste anime cd die ich hatte war yugioh ne danach kam digimon digimon von irgendeinem monster ich glaube ich hieß das monster hunter ich glaube ich auch monster hunter doch monster hunter glaube ich hieß das ich hatte von digimon damals monster ranger genau so hieß der scheiß ich hatte damals mal mit genki und seine blades genki und sein monchi hieß der thing monchi genau so hieß der wixer ich hatte damals von irgendwelchen lutschern wo mal ganz oft irgendwelche digimon sticker dabei waren oder so mein bett voll mit digimon sticker gehabt so auch quasi wo diese eines eine wolf monster mit dem ich fress dich und das versuchst du ja ja und wenn sie sogar noch um merke ich bin jetzt wieder auf der farm und ich war grad südlich und habe bäume gefällt ich habe lauf für dich übrigens wenn du brauchst nein ich habe lauf für dich ich brauche laser für die alte na halt da wollte ich ins bett gehen erstmal noch schnell das zeug abgeben das ich glaube ich brauche also nicht ok gibt 500 gold ja schön 500 gold das ist ein ist ein penny auf der straße das ist auch noch wählerisch boah ich glaube die erste cd die ich mir als kind selber gekauft habe war von randstein engel ach so du hast nicht gesagt dass ich sie selber gekauft habe das hast du nicht gesagt selber gekauft die ich mir selber gekauft habe war von randstein das war glaube ich von mir treedos down away from the sun du hast nicht gesagt dass wir sie selber gekauft haben du hast du gesagt die erste cd also ganz ehrlich die meine erste lieblingsband war manowar mit dem bin ich groß geworden mein vater hat mich quasi dazu erzogen genauso wie mit als cooper boah mein vater war nie da hohohoh jetzt wird stark hier naja bis heute ja nicht wie war das nochmal mit Krusty gewesen damals Tino der typ ist angeblich immer noch zu erraten holen aber langsam glaube ich nicht mehr wie war das damals nochmal mit Krusty gewesen ich weiß es nicht ja wo er gesagt hat so ähm da ach nur dein vater, mein vater ist tot OH SORRY sorry man ich meinte dein Opa der ist auch schon tot ALTER SORRY mein vollidiot ey er hat noch tiefe reingeschmitten nach dem hat man nie wieder was von ihm gehört ja jetzt macht er noch irgendwelche schönen Selfies ich hab noch letztens wieder gezockt hier was denn ja kann die Crash aha ok 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 seltene Saat im Herbst nein ach aber auf jeden Fall Mando War bin ich damit groß geworden das war meine erste Lieblingsband Klappt mir nicht mal was Metal bin ich mich nicht hier aber Heavy Metal ja mit Joey De Mayo und ohhhh als Kind hab ich fucking nochmal Rolf Tukowski gehört man ja im Kindergarten vielleicht aber mit 5 im Kindergarten hab ich schon den ersten Wolfenstein gezockt verdammte Kacke hab ich schon ja da hab ich auch schon zu Sachen wie Doom und Unreal gezockt beziehungsweise hab ich meinen Vater dabei zugeguckt der gezockt hat ich hab da meinem Onkel immer zugeguckt wie er da Aladdin mal gespielt hat und auch so richtig die Parameter eingeben musste hier mit Disney's Aladdin Aladdin und irgendwie so ich hab die Augen sehen wie sie heute das erste Fringe of Crusher spielen da kommen die gar nicht klar verdammte Kacke aber wirklich auch das uralte das allererste das 2D scroller Ding also was gab ein 2D Sidescroller von Prinz of Fire ja ihr Kunstbanausen spielt manche in den gespielt ich hab immer euer Call of Duty und Assassin's Creed ne jetzt sind wir auch vor den Leute auch vor den Leute auch vor den Leute naja wie sah der Yakuza Front aus? wie gesagt wenn ich Zeit, Lust, Laune hab will ich ja nicht spoilern aber Yakuza Kiwami 2 steht vor der Tür ein also wir müssen den noch den ersten Teil bei Steam veröffentlichen was ich grad gesagt hab mit Zeit, Lust und Laune hab ich grad alles nicht weil bei uns im Geschäft fehlen verdammt viele Leute weil das Chef zu blöd zu planen das du ein Opfer bist und auf jeden Fall bei deinem Chefs springen und du fragst sie hoch und selber schuld nur so wie Tee da musst du eher sagen so hey guck mal hier mein Arbeitsvertrag da siehste wo ich darauf antworten nein also mittelfinger zeigen und nach hause gehen dann ist schon sinnvoll ne 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 das hat nichts damit zu tun ne ne jetzt lass mir mal ausreden das hat damit nichts zu tun lass mich erstmal ausreden der Chef hat mit der Planung scheiße gebaut es fehlen nämlich zwölf Leute alle sind im Urlaub auch die gesamte Chefetasche ist im Urlaub wir machen immer noch ein riesen Gangbang gerade in Spanien wir rennen gerade quasi führerlos durch die Gegend dann ist dein Chef in der falschen Position traurig aber wahr ist auch aber auch mal deinen vorgesetzten sagen außer den Chef den du hast ja eben das ist die ganze Chefetasche bei uns da hat es so geplant mit Urlaub gedäbigen alles sind jetzt weg wir haben Personalmangel und dann setzt man mich für drei Wochen nach Schwäbisch Gmünd ein ne würde ich sagen nein mach ich nicht fertig außen keine Angst drei Wochen habe ich schon hinter mir hast du auch recht ich weiß ob das schon mal gehört aber du musst dir nicht alles gefallen lassen ich weiß und wenn die blöd herkommen lasse ich mich nach Schwäbisch Gmünd versetzen weil dort läuft es viel besser muss halt zwar scheiße früh aufstehen kommen auch scheiße spät nach Hause das ist ja auch nicht das war also naja vor allem weil ich dann fast 50 km fahren muss vielleicht auch schon mal nach einem verpicksten Wechsel gesucht so allgemeinen Umschulung sonst irgendwas hab ich auch schon nachgedacht aber hm hast du vielleicht mal bei einer Karriere bei YouTube nachgedacht das kannst du vergessen was willst du sagen du musst einfach nur Fortnite Videos machen ja und irgendwelchen Leuten vor die Häuser scheißen und das würde ich dann auch mehr machen und meine Webse-Aushen-Tasten oah ist ja ekelhaft die Vorstellung Make-up mit Hitten Das ist okay man kann so ein Zahnköpchengröße A gar nicht anbieten oh mein nein noch ein Buch gefunden ach stimmt Penny stimmt da bräuchte noch volle Herzen deswegen gib ihr doch mal Geschenke ja wie ja wie ich wollte grad sagen ja wie denn ich bin hier die ganze Zeit auf Holzsuche leck das Baby ja wie denn geht da nicht du kannst auch nach oben lecken oh mein Gott notfalls kannst du alles auch mit dem Ei beballern hab ich Eier gehabt hätte in dem Spiel haha du hattest keine Eier in diesem Spiel okay hast du es überhaupt schon durch jetzt? nein irgendwer sagt mir dass Steve irgendwie so ein bisschen Angst hat oder ein Trauma weder Angst noch ein Trauma ich würde noch kein Bock auf das geben ja Frank von Realität wenn ein Kind nicht an den Eiern hat hast du nämlich verloren wenn du Alimente sagen musst hast du echter Kack in dieser Welt echt als Kerl hast du es echt nur Scheiße in dieser Welt das geht uns nicht gut wie gesagt wäre mein Internet besser dann könnte ich für dich das fortführen ey du hast ein besseres Internet als ich mein Freundchen aha mir scheißegal für die Roxadose die ich gerade rausgefischt habe habe ich alles gemacht was möglich war ich bin jetzt einmal aufgeflogen wie oft das ist bei dir mindestens zweistellig und über 20 ach hat der gute Steve jetzt aber auch im Müll gesammelt ich habe eine Roxadose rausgefischt aha beziehungsweise Joja Cola ich habe mal eine richtig interessante Frage für euch mit wieviel jahren 24 ihr euren ersten porno geguckt 3 wow porno gucken nicht bei den alten nicht die Eltern erwischen Mama tut dir Papa weh warum schreist du ich kümmer mich nur gucken deine Mutter Papa hat Mutti weh getan sie hat gestern Nacht geschrien ich habe deine Mama durchgenommen Junge zählen eigentlich von DSF diese Werbogen nein Bettina mit ihre Brüsten zählt nicht alter 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 das war doch die mit den dicken Ömmeln Bettina sieh dir bitte alter der flattet Reihe von Theresa Orlowski what the fuck ja was beim Wrestling schauen kam immer diese Werbung Tino und ich wir hatten mal zusammen in Porno geguckt ohne zu wissen dass das ein Porno war das sollte man dazu erwähnen ja Star Wars wir haben aber auf die Zähne ausgelassen glücklicherweise wir haben nur die Parodie davon gesehen das hat auch gereicht keiner will sehen wie Chewbacca mit zwei Sturmtrupp lachenden Vögel oder hier Incest Starfighter mit das war ja das ist auch in dem Ding dabei da haben wir alles nicht geguckt es gibt nämlich das Witzige ist nämlich es gibt da es gibt halt nicht nur den Porno davon sondern es gibt auch die Version davon ohne die ganzen Pornoszenen und wenn man die ganzen Szenen weglässt es ist eine verdammt gute Parodie muss man einfach mal sagen ja ja ist der Chef Waiter what what Feuer ist der Chef und das ist der Chef nicht aber das ist der Chef der Chef der Chef dieser Chef ich bin der Chef der Chef der Chef fertig wird morgen wird es den ganzen tag regnen aber ich glaube dann den ersten porno mit 13 oder mit 14 angeschaut und 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 und